Ich begrüße euch, meine lieben Zuschauer und Abonnenten. Anhand des Videotitels könnt ihr es euch bestimmt schon denken. Ich habe vor kurzem die 500 Abonnements überschritten, aber leider muss ich euch um Vergebung bitten. Ich dachte schon länger über das Abo-Spezial nach, aber leider wusste ich bis heute nicht, was ich denn jetzt mache. Darum sitze ich jetzt hier und habe euch nichts zu bieten. Mir ist dafür einfach keine Zeit geblieben. Aber trotzdem will ich euch sagen, dass ich nicht untätig bin und dass hinter den Kulissen viele Projekte sind. Ich arbeite jeden Tag für euch an diesem Kanal und glaubt mir, die Arbeit ist echt nicht banal. Jedes Video braucht sehr viel Arbeit und Zeit, darum müsst ihr mir glauben, dass nicht viel übrig bleibt. Es werden aber noch viele Projekte für euch kommen, doch habe ich mir für diese eben viel Zeit genommen. Ich will euch nicht mit halbfertigen Werken abspeisen. Meine Videos sollen euch wirklich für Genügen verheißen. Ich habe an vielem gearbeitet und noch mehr vor. Und die meisten Ideen stehen auch schon kurz bevor. Ein paar kleinere Projekte mit so manchen Kollegen und sogar gigantisches, ihr werdet schon sehen. Da fällt mir ein, wenn ich schon bei Kollegen bin, ich möchte anmerken, dass sie sehr gute sind. Ihr kennt sie alle aus doch schon vielen Videos. Ihre Hilfe und Unterstützung ist echt riesengroß. Sie werden noch oft auf meinem Kanal erscheinen. Darunter werden dann auch noch neue sein. Denn das ist es, was ich an YouTube so liebe. Dass ich hier keinen Alleinunterhalter spiele. Ihnen allen gilt hier nun mein erster Dank. Denn ihnen verdanke ich, dass das alles entstand. Sie haben mir geholfen und mich oft motiviert. Wir haben Spaß und es wird kaum konkurriert. Wenn man einander braucht, dann hilft man sich. Zusammenzuhalten sehen wir alle als Pflicht. Das finde ich toll und es bereitet mir Freude. Darum danke ich ihnen. Sie sind echt tolle Leute. Doch wird es jetzt Zeit für den größten Dank. Für den Grund, aus dem dieses Video entstand. Ihr seid nun über 500. Und ich kann es kaum glauben. Jeder Blick auf die Zahl lässt mich einfach nur staunen. Ich danke euch so sehr. Das ist mir das Schönste ins Geld. Denn die größte Freude ist, wenn euch mein Kanal gefällt. Mir ist es nicht wichtig, wie groß oder berühmt ich mal bin. Euer Vergnügen an meinen Videos. Das ist der wahre Sinn. Der Grund für diesen Kanal. Für mein Schuften und Ackern. Wenn das nur einen erfreut. Es ist das wert, mich abzurackern. Darum verzeiht es mir bitte, dass ich kein Spezial für euch habe. Denn wisst ihr, mir fehlen dafür einfach die Tage. Ich verspreche euch. Ich mache sehr viel und plane noch mehr. Das beschränkt meine Zeit für sowas nun mal sehr. Doch habe ich mittlerweile ein Abo-Spezial geplant. Und es wird auch mal kommen. Doch wann wird noch nicht genannt? Lasst euch überraschen und ihr werdet schon sehen. Ihr wisst ja, ich lasse euch nicht im Regen stehen. Nun komme ich doch mal zum Punkt und danke euch erneut. Ihr solltet nur wissen, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und habt hieran weiter Vergnügen. Ich verspreche, ich werde mich an keinem Erfolg verbiegen. Habt also vielen Dank, dass ihr alle seid da. Einen schönen Tag, wünscht euch euer Archivar. Und da Californische Musik Zdenkdale